Ich habe neue Pickups in Bezug auf meine Transformers-Sammlung. Was ich da Neues habe, das seht ihr im Pickup-Time, in dieser schönen Pickup-Runde. Die Transformers-Sammlung erweitert sich ständig von Alt und Neu. Den Anfang möchte ich machen von, ich habe ein paar Sachen bestellt bei Smith Toys, bei Transformers, von den Neueren. Einen, bei dem ich mich nicht mehr sicher habe, ich ihn irgendwie gezeigt habe schon, deswegen ist auch egal. Haben wir in der doppelten Form, dann ist auch bei einer kultigen Figur absolut legitim. Gab es, ja, für den normalen Kurs bei Smith Toys oder ein bisschen billiger, Blitzwing. Einfach nur kultig, ein klassischer, im richtigen G1-Style. Ups, fällt mir das aus der Hand. Das Artwork ist einfach mega. Hier ein schönes Seiten-Artwork noch mit weiteren Figuren, aber der hat mir richtig gut gefallen. Und ja, die Sammlung, ich bin ja da, dass ich da wirklich die Figuren mir zusammensammle. Die, die habe ich an G1 erinnert, an die klassische Zeit. Von G1 habe ich auch einiges dabei. Dazu komme ich noch. Jetzt gehen wir weiter. Ach, ich habe jetzt gerade gemerkt, ich habe ein bisschen blöd mir die Sachen hingestellt. Die will ich noch nicht gleich zeigen, was ich jetzt hier auch noch liegen habe. Muss ich kurz zum Boden stellen, anders geht es leider nicht. Ich habe mir keinen zweiten Tisch hingestellt. Denn es geht weiter. Erstmal was kleinem, was ich von Amazon habe. Und zwar von der Studioserie, von Studioserie 86, The Movie. Ein kleiner Wheelie. Den gab es ganz normal für den Kurs von Amazon. Von denen gibt es nicht ganz so viel. Der nächste, glaube ich, ist Frenzy, der mich interessiert. Der ist noch nicht draußen. Aber auf jeden Fall eine richtig coole Figur. Ja, und dann war, habe ich auch bei Swiss Toys eine Figur bestellt. Auch zum, wie gesagt, normalen Kurs. Und zwar Wild Rider. Wild Rider, einer der Stuntic-Cards. Auch ein richtig cooles Outfit hier. Hier haben wir ihn als Roboter an der Seite. Richtig cool. Hinten, kann man sehen, schönes Auto. Also, das gehört zu den Stuntic-Cards, die sich dann in Melesor verwandeln. Und wo wir bei Melesor sind, ich habe auch jetzt zwei Figuren noch erworben. Von, wo war das eigentlich? Von Haspropuls, direkt. Da sind die teilweise günstiger, als wenn ich sie bei Amazon bestelle und so weiter. Gibt es auch bei Up, gibt es auch kostenfrei geliefert. Und da gab es einmal Motormaster, den Anführer der Stuntic-Cards. Richtig cool. Hier sehen wir ihn als Melesor. Melesor, interessanterweise, hat hier noch nicht seine Parts. Gehören normalerweise auf den Armen, ja, seine Autos. So einzeln kann er sich eigentlich nicht verwandeln. Aber auch richtig cooles Artwork. Und hier hinten, könnt ihr sehen, eine richtig coole Transformersfigur. Ich habe die noch nicht ausgepackt, wie ihr seht. Richtig cool. Und deswegen, ja, muss der auch sein, weil er gehört auch einer meiner Favorites, Melesor. Und ja, einfach nur genial. Kann ich ja nicht anders sagen. Ich packe mal den an die Seite, damit ich noch den anderen, den habe, den größeren, auch mit hinstellen kann. Mit der Figur habe ich noch eine zweite bestellt. Mit auch eine größere, aus der Studio 86 Serie, ich verspreche mir immer, von Transformers The Movie, der Dinobot Sludge. Musste auch sein, nachdem ich seine beiden Kombinions Slack und Grimlock schon habe, musste ich mir auch diesen besorgen. Der größte Unterschied ist jetzt, wie ihr schon sehen könnt, die Hasbro-Linie oder Hasbro verzichtet auf mehr Plastik. Somit gibt es keine Fenster mehr. Hier seht ihr es bei dem Kleinen, hier ist absolut kein Fenster mehr, kein Plastikfenster. Auch hier bei dem ist kein Plastikfenster. Ein bisschen schade, dadurch stauben sie natürlich leichter ein. Artworks werden jetzt hier komplett gezeigt. Und wo ich mir gerade das angucke, merke ich, dass ich gleich nochmal wieder einen Schnitt machen muss, denn ich habe eine Figur vergessen, euch zu holen, die ich auch neu habe, die absolut kultig ist. Und den Schnitt mache ich in der Sekunde, wo ich euch das reinhalte, das schöne Artwork. So, der Schnitt, den ihr jetzt gesehen habt, war, weil ich noch eine Figur vergessen hatte, aber Sludge, richtig cool. Ich mag dieses Out, dieses Design, wie ihr gegen die Schatten kämpft und die Dinobot Skin immer. Ich habe hier auch mehrfach die Originale von G-One und ja, ihr habt meine anderen Videos gesehen, ihr wisst, war absolut begeistert. Ja, und eine letzte Figur, die gab es auch von Hasbro Pulse. Eine, die in Amerika nur bei Walmart exklusiv ist, die Serie. Wir haben Glück, dass wir in Europa sie bei Smith Toys teilweise bekommen oder eben halt bei Hasbro Pulse, wo es teilweise wirklich am günstigsten ist. Man kann immer in den deutschen Hasbro Pulse Store einige Transformersfiguren, oder fast alle, bestellen. Mal sind die günstiger, mal sind sie teurer, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei denen waren sie wirklich günstiger hier, bei denen wäre sie teurer gewesen und auch bei denen. Deswegen habe ich die bei Smith Toys bestellt und der war genauso teuer, aber da hatte ich bei Amazon gerade eine Bestellung und da habe ich das gemacht. So, bei Smith Toys habe ich mir eine bestellt. Da hatte ich schon echt das Problem, dass ich sie gedacht habe, die kriege ich gar nicht. Und die finde ich mega geil, vor allem, weil sie auch das klassische Box-Design hat, wie ich mit Transformers kenne. Auch wenn sie noch nicht perfekt vom Design wieder ist, aber so hammermäßig. Auch mit Fenster, so wie da, aber auch eben halt ohne Plastik drin als Fenster. Und zwar, die Rede ist von Cosmos. Ich habe euch lange auf den, ja, die Spannung aufgebaut. Also Cosmos, auch hier ein wunderbares Art-Design, auch eine geile Figur, eben halt mit dieser Fahne, die er, oder dieser Flagge, die er in der einen Episode der G1-Reihe hatte. Richtig klasse, auch eine kleine Kanone dabei, jedenfalls auf dem Bild, ich weiß, ja doch, die Flagge ist da und die kann man ausklappen und das ist auch gleichzeitig eine kleine Kanone. Auch nicht schlecht. Richtig cool. Ja, hat ja auch eine Pistole in der Hand. Also, ja, ich liebe diese Art des Designs, diese Box, das ist wirklich G1-Style, absolut Hammer. Hinten, ja, fehlen mir wirklich noch Tech-Specs, also die technischen Daten, dann wäre es wirklich wieder wie damals. Dieses Design finde ich auch wesentlich einfacher. Ich mag also dieses Design mit dem Geknicken, sieht zwar cool aus, aber irgendwie ist nicht meins. Ich würde mich wünschen, wenn alles in diesem Style rauskommen würde. Da kommt jetzt diese Velocitron-Reihe, Speedia, 500 Collection, also da sind einige rausgekommen, aber das sind auf Varianten oder, ja, Diaclone-Version, eine Gobolt-Version rausgekommen. Also, das sind Farbvarianten. Das war eine exklusive Figur, die nur hier erschienen ist, Cosmos Ant. Damit verbinde ich sehr viel, eben halt G1. Hier auch noch den nächsten Unterschied. Ihr seht kein Plastik hier, hier sind aber noch Plastikbänder festgehalten. Und hier sind schon so, ja, Stoff-Papierbänder und die halten die Figur. Ein bisschen was anderes, aber Cosmos eine absolute Hinguckfigur, richtig cool. Ja, und dann geht's weiter mit klassischen Transformers-Figuren. Da habe ich auch ein paar bekommen. Ich hatte einen Deal mit dem lieben Dave. Dave, falls du dich siehst, ich grüße dich. Wir haben nicht nur mit Transformers-Figuren was ausgetauscht, sondern auch noch mit anderen Dingen, die ihr sporadisch so ein bisschen so verteilt sehen werdet. Bei den Transformers war es so, dass er einen Lot auf dem Flohmarkt gefunden hat. Das ist auch beschädigt. Das sind wirklich teilweise wirklich nicht mehr in gutem Zustand gewesen. Das vierte Teil ist einfach kaputt. Zwei davon waren aber vollständig und fehlten in meiner Sammlung. Und zwar den Anfang macht dieser Aqua-Speeder Deluge, glaube ich, auch der G2-Reihe, exklusiv teilweise in Europa rausgekommen. Wenn man Wasser reinfüllt, dann spritzt er eben halt hier vorne Wasser raus. Und ich glaube, hier vorne kann sich das Wasser, wenn man Wasser in Berührung kommt, ein bisschen farblich verändern. Der fehlte mir noch. Oder beziehungsweise ich habe gar nicht in der Sammlung diese Aqua-Speeder. Ich habe mich teilweise getrennt. Bis momentan behalte ich den, weil ich mag, dass diese Figur irgendwie, auch wenn ich ein bisschen Schwierigkeiten hatte, ihn zu verwandeln, ein bisschen komplizierter ist. Aber er gefällt mir ganz gut und der ist auf jeden Fall in meiner Sammlung. Genauso wie, den habe ich jetzt als Roboter verwandelt. Auch wenn das ein bisschen seltsam aussieht. Also designtechnisch als Roboter ist nicht die perfekte. Aber er war der letzte, der mir aus dieser Serie fehlte. Namen habe ich jetzt auch nicht drauf, aber da gab es vier Stück. Mittlerweile habe ich jetzt die vier komplett, auch vollständig mit ihrer Waffe, die gleichzeitig der Motor ist. Also richtig gut. Ein bisschen bescheuert ist, was mir nicht so gefällt. Und was sich auch leicht löst, ist diese Motorhaube, die man eben halt klappt. Aber die hängt so tief, ich zeige euch das, dass man das Gesicht gar nicht richtig sehen kann. Also designtechnisch mangelhaft, aber ich finde sie als Fahrzeug auch mega geil. Ja, da konnte ich nicht widerstehen. Nicht widerstehen konnte ich bei einer anderen Figur. Die hat mich schon immer gereizt. Jetzt hatte ich das Angebot, die für 35 inklusive Versand zu bekommen. Per Kleinanzeigen und der fehlt mir komplett. Ein Motorvater oder eben halt von den, ich glaube von den Godmasters, er heißt in Japan, haben wir diese Figur bekommen. Gripper, richtig guter Zustand, richtig toll. Die Aufkleber sind noch top, ist auch vollständig. Lässt sich ganz einfach verwandeln, also wirklich Beine zusammenschieben. Motorhaube, da haben wir ihn als Renner. Ja, das Coole dabei ist das Feature. Und zwar, wenn man hier aufklappt, die Brust, da ist sein Partner drin. Ich versuche es mal. Ihr seht, der Partner, da, da und dann seht ihr, das Gesicht geht runter. Hier, das Gesicht von dem Großen ist weg. Das ist nämlich diese Sache, der schiebt sich dann, wenn man das nämlich zumacht, dann hat sich das Gesicht durchgeschoben. Richtig cool. Also sozusagen ein Gesichtsmaster, Headmaster-Style. Richtig cool. Wie gesagt, 35 inklusive Versand, top Zustand. Die Reifen, gibt welche, die lösen sich auf, weil es nicht mal Plastik ist, ist ja auch aus den 90er, 1990. Und ganz simpler Verwandlungsroboter sozusagen, aber eben, ja, kultig. Mit seinen zwei Partnern, die mir noch fehlen, habe ich nicht. Bildet, kann er sogar sich in einen, ja, größeren Transformer verwandeln. Leider nicht in Europa möglich, weil die Zusatzteile für die Verwandlung fehlen. Man kann ihn zwar grob zusammensetzen, aber der neue Kopf, die Fäuste sozusagen, sozusagen, damit vervollständigt sind, die fehlen. Aber einer der wenigen aus diesen Reihen, der mir fehlte. Die Waffe fehlte in dem Moment auch noch, aber über einen guten Kollegen aus meinem Transformers-Forum, dem Jörg, dank dir, habe ich auch noch sein Schwert, also eine Schwertwaffe. Ist ein bisschen ausgeblichen. Wenn ich mal was bleiche, werde ich das mitbleichen. Das geht bei Weiß ganz gut. Auf jeden Fall, ja, kann man die Waffe entweder in den Arm stecken, hier so. Als Schulterkanone nutzen. Er kann sie aber auch in der Hand tragen, als Schwert. Richtig cool. Ja, da habe ich einen richtig coolen G-Bone-Schnapper gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war echt, echt im Top-Zustand. Ja, und ansonsten, wow, hat sich doch einiges in die Sammlung hinzugefügt. Ach so, wahrscheinlich ist das wieder mal das Ende von dem Ganzen. Deswegen, jo, soll es das so gewesen sein. Was waren eure Highlights bei den Transformers-Figuren? Was hat euch am besten gefallen? Lasst es mich wissen. Und ansonsten, jo, kommentiert, ein Like und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.